Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Im letzten Part konnten wir den Fluss des Performers endgültig stoppen und dementsprechend suchen wir nun in der Idola-Sphäre von Daito TV nach dem Drachensteinsplitter. Und ja, wirklich viel gemacht haben wir eigentlich nicht im letzten Part, also zumindest in diesem Dungeon hier noch nicht. Wir haben lediglich den Teleportpunkt aktiviert. Und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt anfangen hier zu erkunden, gucken wir erstmal, was wir überhaupt machen sollen. So treffen wir uns wieder. Und wir haben scheinbar ein perfektes Timing. Okay, was möchtest du? Wir benötigen mehr Leute, die bei dem Konzert aushelfen. Okay, dementsprechend gibt es drei verschiedene Orte, wo irgendwas zu tun ist und da sollen wir uns umschauen. Kleine Räume im Norden, Osten und Süden. Und sobald ich fertig bin, dann kann ich wieder zurückkommen und mir die Show angucken. Dementsprechend ist es, glaube ich, schon ein ziemlich guter Hinweis dafür, dass Yashiros Konzert hinter der Tür direkt sein wird. Na gut, wo gehe ich jetzt zuerst lang, ist die Sache. Norden, Süden, Osten haben sie gesagt, ne? Dann gehe ich jetzt erstmal hier lang. Das wäre jetzt Osten. Äh, da sind noch Thronen. Die eine kann ich sowieso nicht aufmachen. Also Thronen, in Anführungszeichen, Itemboxen. Na gut, dann schauen wir uns auf jeden Fall mal so ein kleines bisschen hier um. Gucken, wen wir noch so niederprügeln können. Dich zum Beispiel. Oder dich. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Norden und Osten. Alles klar, dann müsste Süden auf jeden Fall irgendwo in der anderen Richtung sein. Alles klar. Also ich habe es ja schon sehr, sehr oft gesagt und ich sage es gerne nochmal. Ich mag den Dungeon echt sehr gerne. Und dementsprechend bin ich auch gar nicht böse, dass wir uns jetzt hier auch noch ein bisschen drin aufhalten. Und dass der Dungeon eben nochmal wichtig wird. Und ich meine, diese ganzen kleinen Aufgaben damals, die Botengänge, sei es jetzt um das Script zu verteilen oder um die Lichter wieder einzuschalten, das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Weil das ja eigentlich doch ziemlich sinnvoll in die Dungeon-Erkundung mit eingeflossen ist. Was hast du noch für eine Schwäche? Feuer. Blitz. Na, da habe ich irgendwie nicht wirklich irgendwas. Ähm. Wen habe ich denn gerade draußen? Itsuki und Marmory. Dann hole ich mal Toma rein. Weil ich will den einen auf jeden Fall weg haben. Ich werde jetzt nicht anfangen, irgendwen anderes anzugreifen. Und dann können wir gucken, dass wir den anderen zumindest auch schon mal so ein bisschen Schaden machen. Ich habe halt immer echt Angst, wenn das so extrem große Gegnergruppen sind, weil die oftmals viele verschiedene Waffen haben. Das sieht cool aus, Elli. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das war episch. Oder ich habe es irgendwie nicht ganz so wahrgenommen. Ja, also da sind dann immer so viele verschiedene Waffen und Stärken und Schwächen. Und das Problem ist einfach natürlich, wenn die dann alle auf einmal dran sind, also wirklich vier Leute am Stück oder so. Ist ein bisschen schwierig. Also das tut dir dann schon natürlich weh. Gerade wenn die auch Sessions machen können. So, du hättest eine Schwertschwäche. Ich, ja, prinzipiell, ich weiß nicht, ob die vielleicht Schwerter haben oder ob die Lanzen haben. Ich kann es nicht sehen. Für mich sieht das aus wie eine Gabel, was die da haben. Aber du sollst auf jeden Fall schon mal verschwinden. Dementsprechend, du hast auch nur eine Schwertschwäche. Dann brauche ich nochmal Yashiro. Dass du nämlich schon mal weg bist. Also wie gesagt, bei so großen Gegnergruppen ist es ziemlich gefährlich, wenn die wirklich alle hintereinander angreifen können. Wenn die dann wirklich einen ziemlich fokussen. Dann hat man natürlich, naja, die Arschkarte kann man glaube ich sagen. Und wenn dann auch noch Sessions ausgelöst werden. Ist immer sehr kritisch. Das haben wir ja schon öfters gesehen. Ich erinnere an das 106. Hashtag 1KP. Deswegen, also man sollte das Spiel glaube ich umbenennen. Tokyo Mirage Sessions Sharp 1KP. Ja, es ist ja kein Hashtag. Also es ist schon ein Hashtagzeichen, aber es spricht sich ja nicht so aus. So manchmal ist es halt echt schon knapp. Aber gut. Ich gucke dann immer, dass ich mich möglichst auf einzelne Gegner konzentriere. Dass die schon mal verschwinden. Und das sind Lanzenträger. Da bin ich ja schon mal ganz froh, dass die Toma angegriffen haben. Weil ihr seht, wenn da so eine Session kommt, ist Yashiro einfach mal tot. Das ist natürlich nicht so geil. Wie viel KP habt ihr noch? Na, noch ziemlich viel. Ich muss eigentlich Yashiro wiederbeleben. Ich habe nur Angst, dass er dann halt sofort wieder abkratzt. Na gut. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Es sind nur zwei Gegner eigentlich. Aber ein Angriff reicht quasi, um einen komplett platt zu machen, wenn man den trifft. So Lanzen, ne? Hattet ihr irgendwie eine Schwäche? Axt und Wind haben wir bislang festgestellt. Ja gut. Dann würde ich sagen, einmal in Amori rein. Also ich spiele gerade echt hier fröhliches Charakterkarussell. Aber es ist halt, das habe ich ja schon mal gesagt, einfach super, super praktisch, dass man hier einfach durchwechseln kann. Also in anderen Spielen kostet es dich, das wirklich in den ganzen Zug zu wechseln. Pokémon zum Beispiel. Du wechselst und du musst dann erstmal warten, bis du wieder angreifen kannst. Und auch in anderen rundenbasierenden Spielen ist das einfach so. Aber dass man hier wirklich quasi eins zu eins austauschen kann und sofort wieder agieren kann, ist natürlich super nett. Generell habe ich so das Gefühl, was so JRPGs betrifft oder was die SMT-Reihe betrifft, ist dieses Spiel eigentlich sehr, sehr nett. Und tatsächlich, so ich kann ja nicht hier wechseln. Und du hast, glaube ich, nichts, was ich machen kann. Dann werde ich einmal heilen, damit Yashiro wieder voll ist, zumindest. Nee, also ich habe so das Gefühl, andere SMT-Spiele sind halt echt nicht so nett wie das hier. Also ich finde, Tokyo Mirage ist tatsächlich sehr einsteigerfreundlich, wenn man sich so für die Reihe interessiert. Weil das Kampfsystem eigentlich, ja, sehr schön ist, finde ich persönlich. Wenn man sich damit halt anfreunden kann, mit diesem ganzen Drumherum. Es ist jetzt nicht so schwer, finde ich persönlich. Klar, hier und dort. Aber ich habe noch nie wirklich begrindet bei diesem Playthrough. Von daher gesehen, wenn man so ein bisschen trainiert vielleicht, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Gerade mit den DLCs ist es super easy hier zu trainieren, weil man ja quasi jede Menge Sonderbonbons bekommt. Und die reichen zwar mittlerweile nicht mehr für ein ganzes Level ab, aber trotzdem. Also nee, wenn man sich da so ein bisschen reinkniet, sag ich mal, was man ja auch oftmals macht in solchen Spielen. Ich meine, man muss meistens irgendwie trainieren. Dann ist das Spiel eigentlich sehr, sehr angenehm, finde ich persönlich. Und die andere Sache ist natürlich, dass Tokio Mirage, dadurch, dass es ja auch so ein bisschen Fire Emblem Einfluss hat und so ein bisschen in eine andere Richtung einschlägt, also wesentlich freundlicher als andere SMT-Spiele. Es ist irgendwo eine abgespeckte Version, sag ich mal. Also wenn du jetzt Tokio Mirage nimmst und daneben Persona, 3, 4, 5, was auch immer, du merkst den Unterschied ganz deutlich. Und deswegen könnte ich mir vorstellen... Oh, das ist eigentlich ziemlich cool, das nehme ich. Ich habe auch noch Platz zum Glück. Ich könnte mir halt echt vorstellen, wenn du erst die ganzen Persona-Spiele oder generelle SMT-Spiele, abgesehen von Tokio Mirage, spielst und einfach daran gewöhnt bist, wie tiefgründig die Geschichte dahinter ist, wie viele Funktionen du hast und wie düster das Ganze ist, dass du dich dann vielleicht ein bisschen schwer tust, auf Tokio Mirage umzusteigen. Ah, so die Waffe. Deswegen kann ich als Einstieg das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Ähm, das passt eigentlich noch, aber hätte gerne meine beiden Dreamcatchers vor, ne? Nein! Einmal zu viel B gedrückt, ich wollte noch heilen. Äh, da, wie sieht denn das aus? Eigentlich nur Toma. Ja, zack. Und weiter geht's. Dann gehen wir doch erstmal bei Norden raus, irgendwo muss ich sowieso anfangen. Es ist, wie gesagt, ein schönes Spiel, so zum Einstieg. Bin auch sehr froh, dass ich da ein Let's Play zu mache, weil eigentlich wollte ich das ja ursprünglich nicht. Die Aussicht ist übrigens total toll. Ähm, weil ich ja gedacht habe, hm, das ist ja schon einiges an Arbeit mit dem Übersetzen. Es ist ein sehr, sehr langes Spiel. Es spricht vielleicht auch nicht so viele Leute an. Aber ich bin doch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich meine, arbeitstechnisch habe ich mich eigentlich mittlerweile sehr gut da eingefunden. Dass ich da eine gute Routine habe, dass es jetzt gar nicht so extremst aufwendig ist. Und das macht halt super viel Spaß. Also, es hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber gerade jetzt im Endgame, wo ich quasi all meine Techniken endlich habe und all die guten Techniken, ähm, wo man in den Kämpfen dann wirklich so ein bisschen die Qual der Wahl hat, was man machen möchte. Es macht schon Spaß. Also, auf jeden Fall. Die Story auch, weil jetzt die ganzen Charakterquests halt mal in die nächste Runde gehen. Also, gerade so die letzten Charakterquests sind natürlich besonders interessant. Und dann die ganzen späteren Dungeons, wo man sich lange drin aufhält und sich da durchkloppt. Also, es macht schon echt viel Spaß. Ähm, ich habe nichts Effektives. Was hast du für eine Schwäche? Nur Schwert. Okay, dann kannst du aber dich ruhig mal eben verteidigen. Ich habe gerade keine Lust zu wechseln. Gut. Hitsuki? Perfekt. Hätte natürlich auf Yashiro wechseln können, aber ich habe keine Lust nach jedem Kampf meine Charaktere wieder auszutauschen. Ja, das ist echt schön. Muss ich sagen. Und ich bin ja auch so jemand, ich mache Projekte generell, weil sie mir Spaß machen. Weil ich, ja. Also klar, in erster Linie, wie gesagt, weil sie mir Spaß machen. Weil ich Freude dran habe. Oder wenn sie blind sind, weil ich halt neue Spiele mal ausprobieren möchte mit euch zusammen. Aber in dem Fall kenne ich das Spiel, ja. Ich hatte einfach die Hoffnung, dass ich das Spiel vielleicht dem einen oder anderen auch näher bringen kann. Weil ich meine, es ist, wie gesagt, habe ich ja glaube ich im letzten paar Mal angeschnitten, ein ziemliches Nischenspiel. Dafür habe ich glaube ich keinen Platz mehr. Und ja, deswegen dachte ich mir, vielleicht kann ich den einen oder anderen ja doch mal überzeugen, da rein zu gucken. Und wenn man schon die Konsole nicht hat oder das Spiel nicht hat oder nicht kaufen möchte, dann kann man ja zumindest ins Let's Play reingucken. Also ich finde das immer unglaublich spannend, quasi zu sehen, wenn ihr neue Spiele entdeckt und da vielleicht auch so ein bisschen mitfiebert. Ich meine, es war mir total klar, dass das nicht jedermanns Sache ist. Ah, du hast nur noch die eine Waffe, okay. Weil es ist interessanterweise so, habe ich festgestellt, es gibt immer Leute, die sich wirklich begeistern können. Ah, hier ist der Osteingang, okay. Die sich halt dann wirklich dafür begeistern können, wenn es dann Let's Plays gibt zu spielen, die sie nicht kennen. Dass sie sich dann denken, oh, da gucke ich mal rein, mal schauen, wenn mir das Spiel so gefällt. Und die dann wirklich, ja, Interesse daran haben, das so blind quasi mitzuerleben und ihre Eindrücke zu schreiben. Und sich da einfach von überraschen zu lassen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Allerdings muss man tatsächlich sagen, das habe ich so im Laufe der Jahre beobachtet, der Großteil der Leute ist tatsächlich so eingestellt, wenn sie auf ihrer Startseite ein Let's Play zu einem Spiel sehen, was sie gar nicht kennen, dass sie dann meistens geneigt sind, da auch gar nicht drauf zu klicken. Also das ist ganz seltsam, weil ich persönlich mache das auch sehr gerne, wenn ich ein Spiel sehe, was ich nicht kenne, dann schaue ich halt gerne mal, was es damit auf sich hat. Und wenn ich mich nach dem ersten oder zweiten oder dritten Part sage, interessiert mich nicht, dann kann ich ja immer noch sagen, ich gucke mir das nicht an. Aber zumindest halt mal reinschauen, das finde ich super spannend. Zum einen finde ich es total toll, so ein Let's Play-Blind zu erleben. Und zum anderen kann es einem ja auch Anregungen geben, ob man das Spiel vielleicht selber mal spielen möchte. Aber tatsächlich, die meisten Leute sind so eingestellt. Was sie nicht kennen, finden sie dann automatisch doof. Nicht nur in dem Bereich, generell in allen möglichen Lebensbereichen ist das tatsächlich so. Äh, da habe ich leider gerade nichts. Muss ich doch mal kurz wechseln. Toma to the rescue. Das finde ich super seltsam irgendwie schon fast, dass viele, viele Leute, wie gesagt, dann dazu neigen, bei Spielen, die sie nicht kennen, erst gar nicht drauf zu klicken. Ob sie dann wirklich denken, Ah, der Schrei, dass die automatisch doof sind. Oder ob Leute einfach dazu neigen, sich lieber Sachen anzugucken, mit denen sie dann auch wirklich von vornherein was anfangen können. Keine Ahnung. Ich meine, die Leute, die das jetzt gerade hören, die gehören natürlich nicht zu diesen Leuten. Aber, ähm, ja, finde ich auf jeden Fall super interessant, dass es so ist. Und das war mir auch von vornherein klar. Schade, ich dachte, das reicht vielleicht. Wobei, da war so ein trauriger Smiley dran, deswegen dachte ich, Toma wird abgeblockt. Aber nein, gut, dann hat alles geklappt. Ne, das war mir von vornherein klar. Dass viele Leute das Spiel einfach nicht kennen und deswegen vielleicht skeptisch sind, dass es auch nicht jedermanns Sache sein wird, weil das einfach bei jedem Spiel so ist. Oh, Level 50 fehlt's, okay. Und, ähm, weil es halt auch ein sehr langes Spiel ist, dass auch zwischendurch Leute abspringen werden. Also, das habe ich vorher alles gewusst. Das ist einfach so, ne, bei allen Projekten. Weil ich meine, das Spiel ist ja langatmig. Ich kann verstehen, das brauche ich nicht zwingend, wenn ich wirklich dann 10 Parts in einem Dungeon bin, dass Leute nach 5 Parts vielleicht die Schnauze voll haben. Oder wenn die Intermission 15 Parts dauert, dass sie sich auch denken, ah, wo bleibt denn vielleicht mal wieder die Dungeon-Action? Also, dass Leute Parts überspringen oder sich das Projekt dann irgendwann gar nicht mehr angucken, weil es ihnen zu blöd wird. Das ist vollkommen normal. Das ist natürlich schade. Und dementsprechend freue ich mich umso mehr, wenn ich wirklich sehe, dass es immer noch einige Leute gibt, die sich das Projekt angucken, auch noch über 100 Parts. Und die auch Kommentare schreiben. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das ist für mich irgendwie auch alles, was zählt. Also, wäre ich nur auf die Views aus, hätte ich dieses Spiel wahrscheinlich nie Let's Playen dürfen. Aber es ist mir jetzt nicht egal. Klar, es ist schön, wenn Leute das gucken. Aber es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob es jetzt 200 Leute gucken oder 2000. Solange es Leute gucken und solange Leute Spaß daran haben und solange ich vielleicht Leute von dem Spiel überzeugen kann und Leute mit mir mitfiebern und solange ich Spaß daran habe, ist alles gut. Ah, das scheint mir ein passender Raum zu sein. Von daher gesehen, das ist für mich das Wichtigste. Und ich glaube, das Projekt wird auch noch eine ganze Weile dauern. Vielleicht so 130 Parts? Weil ich meine, allein der Final Dungeon wird wahrscheinlich 15 Parts dauern, wenn die anderen schon 10 gedauert haben. Plus alles, was davor noch kommt. Plus die ganze Intermission. Da sind ja noch 8 Charakterquests. Vielleicht werden es auch mehr als 130. Also, ich ziehe das auch durch. Und ich freue mich da auch drauf. Das ist ja mir das Wichtigste. Au, ihr seid die Hilfe? Ich schätze, ja. Ich bin die Stylistin. Ich möchte mich um Yashiros Kostüm kümmern. Als brauche ich einen ähnlichen... Hau, du? Du siehst, wie ein perfekter Doppelgänger für Yashiro aus. Ich? Wer sonst? Komm schon. Ich muss nur ein paar Änderungen vornehmen. Yashiro, hier ist es, dass wir weitergehen lassen. Yashiro, kannst du das Ganze bitte über dich ergehen lassen, damit wir weitermachen können? Fantastisch. Alles fertig. Ihr wart eine große Hilfe. Stimmt, was nicht, Yashiro? Das war eigentlich gar nicht schlecht. Der Mirage weiß, was er tut. Das war vielleicht alles ein bisschen frei übersetzt, weil das ja auch nur so kurze Texte waren, die auch nur teilweise synchronisiert waren. Aber vom Sinn her kam es auf jeden Fall hin. Ich meine, klar, dass Yashiro ein guter Doppelgänger für Yashiro ist, kann ich schon verstehen, ne? Aber gut, sein Kostüm steht zumindest schon mal. Das heißt, wir können jetzt weitermachen. Und das war jetzt der Raum im Osten vermutlich, obwohl ich eigentlich im Norden rausgegangen bin. Aber nun gut, haben wir den auf jeden Fall schon mal fertig. So. Will ich mal ein Special machen? Mein Zähler ist gerade so schön voll. Ja komm, wir klatschen einmal voll drauf. Wir brauchen eine Heilung. Wir hatten letztens Exhibition, dann nehmen wir jetzt Dreamcatcher. Itsuki ist zumindest ein bisschen angeschlagen, also ganz verschwendet ist es nicht. Ich glaube, Dreamcatcher hören wir echt am häufigsten. Aber es ist halt auch echt ein schönes Domba. Ich glaube, Ui, das war guter Schaden. Die Sache ist, ich finde, Dreamcatcher ist ein gutes Art, in dem Sinne, dass es sehr viel Schaden macht. Ich glaube, Scham verursachen kann und halt nochmal heilt. Also das finde ich halt schon verdammt gut, auf jeden Fall. Allerdings musste sich Tsubasa gerade spontan erstmal ausziehen. Das haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Nee, allerdings finde ich es ein bisschen blöd bei Dreamcatcher, dass man eben keine Session dran packen kann, weil es eben eine All-Mighty-Attacke ist. Weswegen ich trotzdem Zusatzeffekten, das Duo-Art eigentlich nicht so bombastisch finde wie andere. Aber Dreamcatcher ist halt so toll. Deswegen drücke ich das halt auch echt gerne. So generell, wir haben ja Exhibition gehabt, also das von Kiriya und Yashiro. Das war das Erste, was wir hatten, was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil es einfach guten Schaden macht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Dreamcatcher, klar, finde ich von den Effekten her auch ziemlich praktisch. Man kann leider keine Session dran knüpfen. Das wäre aber vielleicht auch ein bisschen OP bei den Effekten. Ja, klar, mag ich aber auch sehr gerne. Dann haben wir das von Ellie und Toma, diesen Crazy Circus heißt es, glaube ich. Na, ich glaube, das brauche ich nicht. Haben wir aber, glaube ich, auch erst einmal oder so gesehen tatsächlich. Also das kommt gar nicht so oft, auch nicht zur Auswahl. Das finde ich einfach nur lustig. Aber ich glaube, ein, zwei Mal hatten wir es auf jeden Fall. Oh, ja, das nehme ich auch gerne. Eine starke Elektroattacke. Dann haben wir das Duo Art von Marmory und Tiki. Dieses, irgendwas mit Love auf jeden Fall. Was auch ziemlich cool ist, weil es dann den SP-Zähler so ein bisschen füllt und auch Schaden macht. Und wir haben auch das von Ezuki und Tsubasa, wo sie da so kometenhaft runterknallt. Das ist auch ganz cool. Ich überlege nur gerade, Give Me, war das ein Duo Art? Und, ja, ne, es war keine Special Performance oder Ad-Lib. Ich glaube, das war auch ein Duo Art. Das hatten wir, glaube ich, dann auch erst ein einziges Mal. Also wir haben schon so ein paar, aber es kommen natürlich auch noch welche. So, dann steigen wir einmal auf die Waffe um. Ich habe jetzt mit Sicherheit auch irgendwelche vergessen. Aber das waren so, die mir spontan einfielen. Äh, ihr habt auch schon 48 beide. Gut. Nein, Marmory. Dann wechseln wir mal einmal. So, im Osten sind wir fertig. Das war hier ja auch die Ost-Tür. Na, wo ist der Mirage? Da. Hallöchen. Ich komme auch nur langsam voran hier hinten. Allerdings, wie gesagt, die Aussicht ist toll. Die Kämpfe machen Spaß. Also das ist schön. Generell, ich bin einfach gut gelaunt, was dieses Spiel betrifft. Und, ja, ich finde es auch immer super interessant, wenn ich dann irgendwie mal im Stream oder so erwähne oder jetzt auch im Part, dass das ja ein Projekt ist, was jetzt nicht so unendlich viele Leute gucken. Dann kommen manchmal noch so ein paar Leute so aus den Ecken gekrochen, die eigentlich sonst nie irgendwie was dazu sagen. Hallo, ich gucke das auch. Finde ich immer super süß. Oder auch, wenn ich auf Twitter manchmal dann Bilder bekomme, wie Leute sich das Spiel gekauft haben, obwohl sie vielleicht auch nicht so viele Kommentare schreiben. Das ist für mich halt auch schon viel wert. Also, dass ich Leute wirklich davon überzeugen konnte. Und auch, wenn die dann vielleicht das Projekt nicht mehr gucken, weil sie es eben blind erleben wollen. Aber trotzdem, das ist schön. Und daran erfreue ich mich einfach. Und das ist ja auch somit das Wichtigste. Also, ich meine, klar, ich kann immer noch verstehen, dass Leute sehr auf die Views gucken, gerade wenn sie davon leben und so weiter. Also, da sage ich auch gar nichts gegen. Aber da ich in der glücklichen Position bin, dass ich nicht auf jeden View gucken muss und es wirklich einfach aus Spaß machen kann und wirklich auch das machen kann, was mir Spaß macht, kann ich auch so Spiele wie Tokyo Mirage 130 Parts lang let's playen und mich daran erfreuen und es irgendwie so einen bitteren Beigeschmack hat. Das ist schon schön. Man muss halt nur so ein bisschen mit den richtigen Erwartungen dran gehen, finde ich persönlich. Also, man sollte sich von vornherein schon drüber klar sein, es ist halt ein unbekanntes Spiel. Da machst du auch nichts dran. So, und neues Performer. Du hast ja, glaube ich, auch schon deine dritte Charakter-Quest freigeschaltet. Na? Oh, also noch kann ich die nicht bekommen. Aber wir haben prinzipiell Marmorys Side-Story freigeschaltet. Eventuell dann einfach in der nächsten Intermission. Vielleicht geht es jetzt einfach noch nicht. Aber gut, sprich, wir haben Ellys dritte und Marmorys dritte. Dann wären die schon mal fertig. Und Yashiros erst zumindest. Äh, nein, danke. Und ich denke, wie gesagt, die von Tiki, Barry und Maiko, die schalten sich ja automatisch im Laufe der Zeit frei. Die haben ja keinen Stage-Rang. Also haben wir auf jeden Fall genug zu tun demnächst. Ach so, hier ist auch... Zu. Okay. Interessant. Weil ja eigentlich gesagt wurde. Im Norden, im Osten und im Süden. Aber in Ordnung. Dann muss ich mich hier drin nur nochmal kurz orientieren. Nein, 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 nein. Nein, nein. Immer noch nein. Ich rede mit dir. Ja, ich weiß, dass wir noch Sachen erledigen müssen, aber... Ne? Ich musste mal kurz fliehen. So. Wo? Ich weiß es nicht. Was steht denn hier eigentlich? Waiting Room. Okay. Ach, hier ist auch noch eine Tür nach Norden. Ich will da jetzt aber einmal rausgehen, bitte. Ach so, es gibt zwei Türen, die nördlich rausführen. Das erklärt einiges. Ich hatte mich schon gewundert. Und da drüben ist wahrscheinlich dann irgendwo noch die südliche Tür. Sprich, wir kommen jetzt wahrscheinlich genau eher auf der anderen Seite raus. Du bist okay. Gegen dich kämpfe ich. Und hier ist dann auch direkt der Raum für den Norden. Und Süden fehlt uns dann noch. Okay. Ich denke aber, dass wir dann auf jeden Fall im nächsten Part... Ah. Das wird ein bisschen schwierig. Also ich meine, normalerweise mache ich es ja ganz gerne so, dass ich direkt vorm Bosskampf dann Schluss mache. Dass ich den auf jeden Fall in einem Part machen kann. Das hat ja wunderbar funktioniert. Ah, dich hatte ich angegriffen, ne? Aber da müsste ich wenn dann umsteigen. Dann nehme ich doch erstmal dich. Ja, so normalerweise mache ich es ja gerne direkt vorm Bosskampf Schluss, dass ich dann auch wirklich einen ganzen Part dafür habe. Weil die quatschen ja auch immer so ein bisschen. Aber in dem Fall könnte das ein bisschen schwierig werden. Weil wenn ich im nächsten Part dann noch die beiden Räume aufsuche, weiß ich nicht, ob das wirklich zeitlich genug Zeit in Anspruch nimmt, um den Part zu füllen. Okay, da schmeißt sich Marmory-Schützen vor. Konzentrate, okay. Aber ansonsten, ich denke mal, da jetzt auch der richtige Bosskampf kommt... Das ist irgendwie alles so ein bisschen doof. Was hast du jetzt für eine Schwäche gehabt? Feuer und Elektro. Und Licht auch. Oder habe ich ja meistens nichts. Ähm. Feuer und Elektro. Da muss Tuma mal ran. Ne, auf jeden Fall denke ich, weil es der Bosskampf ist, wird ja wahrscheinlich sowieso eine ganze Weile dauern. Das kennen wir ja schon. Dass das Ganze meistens mehr als einen Part in Anspruch nimmt. Mit den Gesprächen vorher, dann der Kampf und so weiter. Deswegen können wir ja von mir aus im nächsten Part schon in den Bosskampf mal zumindest reingucken, wenn wir so weit kommen. Das passt schon. Ich habe sowieso die Erfahrung gemacht, gegen Ende des Kapitels, wenn dann die Bosskämpfe kommen, die Gespräche, die Parts werden eh immer überlänger. Weil das so lang dauert. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Ah. Oh, dieses Geschrei. So. Wen nehmen wir denn mal zuerst? Dich? Du bist höher vom Level her. Man darf es halt auch nie unterschätzen, wie lang die Kämpfe in diesem Spiel eigentlich dauern. Man denkt sich immer, ja, ja, sich da jetzt durchzukloppen kann schon nicht so lang dauern. Aber tatsächlich zieht sich das schon ziemlich. Was hattest du für eine Schwäche? Lanze. Also kann Toma das gleich machen. Dann gehe ich erst mal auf dich. Dieses riesige Teil. Wie kann sie damit überhaupt rumlaufen mit diesem Bogen? Also ich würde da, glaube ich, umkippen. Oh, reicht das sogar? Mit der Session? Na, nicht ganz. Aber da reicht vermutlich ein normaler Angriff. Toma haut hier auch ordentlich rein. Gut. Ach, meine Güte, dieses Geschreie. Wer hat das eigentlich eingesprochen? Das hat auch bestimmt ein PC irgendwie erstellt. Kein Mensch schreit so hoch. Hoffe ich. Glaube ich. So, das können wir auch gerne stärken, dass du ein bisschen besser heilst. So. Resist Wind. Eee, du hast halt also geile Fähigkeiten eigentlich. Also bei den Fähigkeiten bin ich tatsächlich lieber offensiver als defensiver. Habe ich so das Gefühl. Sandüne können wir auch sehr gerne stärken. So. Und du. Ah, ja. Die Attacke stärke ich auch liebend gerne. Das ist halt so meine Standardattacke, die ich eigentlich immer benutze. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen im nächsten Part in den nächsten Lantern-Room rein. Und, ja, gucken dann mal, wo der andere Raum ist, der so ein bisschen südlich angeblich liegen soll. Ich gehe mal ins Menü, dass da nicht plötzlich irgendwer spawnt. Normalerweise passiert das nicht, aber vorsichtshalber. Und ich denke, dann können wir dieses kleine Rätsel, diesen kleinen Botengang auf jeden Fall auch abschließen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.